Zum Glück kocht Mohammed heute nur für mich. Wir machen einfach weiter, bis sie Stopp sagen. Das könnte dauern. Jetzt bin ich wieder hier. Also Leute, können wir loslegen? Köstlich. Überraschend aber ist das Essen. Sie besteht aus Fouagra. Das ist Curry aus Hirn. Der nächste Gang. Vielleicht ahnt sie was. Ich musste nur einen winzigen Schritt aus meiner Komfortzone herausziehen. Um diese wundervolle Welt zu entdecken. So viel Aufregung um ein Omelette habe ich noch nie erlebt. Sind Sie bereit? Prochetta. Womit habe ich das verdient? Ist das Knoblauchsoße? Die liebe ich. Wie heißt die? Knoblauchmajo. Essen kann einen auf einer Reise mitnehmen. Hier gefällt's mir. Und dann die böse Überraschung. Kamel-Schokolade. Wenn durch Essen ein Gefühl transportiert wird. Puh. Ist das Magie? Das ist Magie. Ich würde natürlich gerne sagen, dass es nach Kamel schmeckt. Die Kamel schmeckt. Merlob계ragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragragц